Während der kurzen Regierungszeit von Julius Caesar um die Jahrhundertwende beschloss er, seinen Rückhalt im Senat zu stärken, indem er eine Reihe neuer Sitze einführte. Dies war schon früher geschehen, aber diesmal waren die Männer, die nach Rom kamen, keine Römer. Sie stammten aus Gallien, dem heutigen Frankreich, und waren erst kürzlich von Rom besiegt worden. Obwohl wir heute wissen, dass die gallische Gesellschaft fortschrittlicher und komplizierter war, als man jahrhundertelang glaubte, war sie bei weitem nicht so fortschrittlich wie die der Römer und die neu ernannten Senatoren waren allem Anschein nach von der Stadt Rom überwältigt. Die Größe der Stadt, die Gebäude, die es nirgendwo sonst auf der Welt gab, die Menschenmassen, die wimmelnden Straßen, die Kunst und die Technologie, es war, als wären sie auf einem anderen Planeten. Eines erkannten sie jedoch sofort. Rom war voll von Sklaven. Einige waren Gallier, die während der Kriege Roms mit ihrer Heimat gefangen genommen worden waren. Hätten die Römer ihre große Stadt auch ohne Sklaven bauen können? Wahrscheinlich. Aber so war es im alten Rom nicht. Und wie die meisten anderen Völker, die Sklaven besaßen, konnten die Römer brutal sein. Sehr brutal. Es wird geschätzt, dass die Sklaven im römischen Italien zur Zeit von Cäsars Aufstieg zur Macht zwischen 20 und 30 Prozent der Bevölkerung ausmachten. In Rom selbst mag dieser Anteil noch höher gewesen sein, da die Stadt ständig gebaut wurde und die Zahl der Bürger wuchs, die mit Arbeit, Dienstleistungen, Bildung und vielem mehr versorgt werden mussten, wozu auch Sex gehörte, oft in Form von sexuellen Übergriffen. Sklaven erledigten eine Vielzahl von Aufgaben für die Römer und ihre Gesellschaft war, genau wie die der römischen Gesellschaft, stratifiziert. An der Spitze standen gelehrte Berater der führenden Römer, viele von ihnen Griechen, die die Römer als Inbegriff der Zivilisation galten, bis die Römer sie vernichteten. Griechische Tutoren, die trotz ihres höheren Titels oft weiterhin Sklaven waren, bildeten ein Statussymbol in der römischen High Society. Es folgten Haussklaven, persönliche Diener, Diener, Küchenpersonal, Reinigungskräfte und so weiter. Jeder römische Bürger, der sich einen Sklaven leisten konnte, hatte einen. Er war ein Statussymbol. Auf der untersten Stufe standen die Arbeiter auf großen Bauernhöfen, in Steinbrüchen, Minen, Sümpfen und dergleichen. Diese Männer, Frauen und Kinder fristeten meist ein kurzes, schmerzhaftes und elendes Leben, was jedoch in hohem Maße von ihren Besitzern abhing, die manchmal eine Familie oder eine Einzelperson, meistens aber ein Unternehmen oder eine Gruppe wohlhabender Leute waren, die ihre Sklaven vielleicht mit etwas mehr Menschlichkeit behandelten als andere. Die absolut schlimmste Situation für einen Sklaven war die eines Galerensklaven oder Arbeiters in den Minens. Gefangene auf römischen Kriegsschiffen waren Galerensklaven. Sie waren an ihre Plätze gefesselt und wurden bei jedem Wetter dort gelassen. In schwierigen oder verlorenen Situationen wurden sie dem Tod überlassen. Das Leben in den Minen war die Hölle auf Erden. Vor allem, da Rom tonnenweise Blei verwendete, ohne die Auswirkungen von Bleivergiftungen zu kennen. Das Tragische für die Sklaven war jedoch ihre Gefangenschaft. Wenn sie entkamen, wieder eingefangen wurden oder einen Fluchtversuch unternahmen und erwischt wurden, war eine harte oder sogar tödliche Bestrafung sicher. Eine Gruppe von Sklaven, die Gladiatoren, hatten in Rom ein gewisses Ansehen. Manche von ihnen wurden so populär wie heutige Popmusik-Superstars. Einige Gladiatoren, die eine Reihe von Kämpfen überlebt hatten, oder aufgrund des Ruhmes, den sie ihren Besitzern eingebracht hatten, wurden freigelassen. Diese wiederum besaßen häufig einen eigenen Stall von Sklaven oder Gladiatoren. Einige Sklaven waren geschickte Schauspieler oder Sänger und reisten durch die italienische Halbinsel, um die Menschen zu unterhalten, immer unter der Aufsicht ihrer Besitzer. Viele dieser Menschen waren äußerst beliebt und genossen einige Privilegien, aber egal wie erfolgreich sie waren, frei waren sie nicht. Für die meisten Sklaven war die Freiheit ein Traum, den sie nie erreichten. Viele wuchsen als Sklaven auf, ob im Krieg verschleppt oder von Sklavenmüttern geboren. Diese Kinder wussten nichts von Freiheit und viele mussten erst durch Aufständen lernen, was Freiheit bedeutete. Ehrlich gesagt bevorzugten viele Sklaven das vertraute Leben in Rom als eine risikohafte Flucht, die möglicherweise grausamer Folter endete. Was ist die bekannteste Form der Bestrafung von Sklaven, Verbrechern und Verrätern in Rom? Sie haben wahrscheinlich schon daran gedacht, bevor wir es überhaupt aussprechen können. Die Kreuzigung, abgeleitet von dem lateinischen Wort Kruzificare, an ein Kreuz binden. Die berühmteste Kreuzigung ist natürlich die von Jesus, der beschuldigt wurde, sich als König der Juden ausgegeben zu haben, ein Titel, der den Römern, die Israel erobert hatten, nicht besonders gefiel. An der Kreuzigung Christi war nichts anders, nur dass die Geschichte Jesu nicht mit seinem Tod am Kreuz endete. In den Jahrhunderten, in denen die Römer einen Großteil Europas, der Mittelmeerküste und des Nahen Ostens beherrschten, wurden Tausende, wahrscheinlich Millionen von Menschen gekreuzigt. Die Kreuzigung gab es nicht nur in Rom, aber der Tod Christi machte Rom zum Synonym für diese qualvolle Prozedur. Die Kreuzigung konnte Stunden dauern. Meistens kam der Tod durch Ertrinken durch Wasser, das die Lungen füllte, weil die Schwerkraft es unmöglich machte, normal zu atmen. Der Tod konnte auch durch Erfrieren oder Erhitzen eintreten. Schmerzen und Schock konnten auch tödlich sein. Es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass die Menschen, die gekreuzigt wurden, zuvor oft schlecht behandelt wurden. Sie wurden an Hände und Füße an Bretter genagelt. Viele wurden auf verschiedene Art und Weise bestraft, wenn sie versucht haben zu fliehen, sich anderen angeschlossen haben, gegen Befehle verstoßen haben oder ihren Besitzern missfallen haben. Schlimm war auch, dass manchmal andere Sklaven die Aufseher waren. Diese hatten mehr Privilegien und Macht. und hielten die restlichen Sklaven in Schach. Sklaven wurden zu Tode geprügelt, zum Tod in der Arena verurteilt, zu Tode gepeitscht und in einigen Fällen in Afrika von Elefanten zertrampelt. Es gab zwei antike Roms, die Stadt und das Reich. Die Stadt war und ist unter anderem für das Kolosseum bekannt, die Arena, in der epische Kämpfe und andere Events stattfanden. Viele römische Städte hatten Arenen oder Amphitheater. Eine der gut erhaltenen römischen Arenen befindet in Nimes, Frankreich und wurde für Gladiatorenkämpfe genutzt. Im ganzen Reich gab es hunderte von Arenen, manche groß, manche klein und die meisten waren mit Blut besudelt. In lokalen und regionalen Arenen fanden nicht nur Gladiatorenkämpfe statt, sondern sie wurden auch als Hinrichtungsplätze und vor allem zur Unterhaltung genutzt. Sklaven wurden dort häufig hingerichtet oder bestraft, hauptsächlich wegen Aufständen oder weil sie Anhänger des Christentums waren, bevor es in Rom akzeptiert wurde. Sklaven wurden manchmal als ehemalige römische Feinde verkleidet, um große Schlachten aus der jüngsten oder fernen Vergangenheit Roms nachzuspielen und wie sie wahrscheinlich wissen, wurden viele Christen und andere buchstäblich an Löwen, Tiger oder Bären verfüttert. Sie wurden von Stieren und Ochsen aufgespießt, von Elefanten zertrampelt oder aufgespießt und vieles mehr. Was immer der römischen Fantasie einfiel, wurde umgesetzt. Zu Beginn der christlichen Ära war es eine beliebte Strafe, Menschen in mit Pech bedeckte Leinen zu wickeln und anzuzünden. Das Schlimmste an einem schrecklichen Ende, die Menschen jubelten, während andere Menschen litten. Römische Sklavenhalter konnten brutal sein. Aber viele waren auch realistisch. Sie wussten einige Dinge, die man auch heute im Hinterkopf behalten sollte. Menschen arbeiten nicht so hart für einen Sklaventreiber wie für jemanden, der sie mit Respekt behandelt. Sie lehnen sich auf, wenn sie zu hart angetrieben werden. Natürlich haben auch die freundlichsten römischen Sklavenhalter manchmal die Peitsche geschwungen, um ihre Sklaven zur Arbeit zu bewegen. Natürlich hatten sie immer ein Auge auf mögliche Aufstände und schlugen sie so schnell wie möglich nieder. Aber manche Sklavenhalter behandelten ihre Sklaven besser als der Durchschnitt. Allgemein hielten sich Sklavenaufstände an diesen Orten in Grenzen, es sei denn, sie waren nicht der Fall. Der berühmteste Sklavenaufstand fand in den Jahren 2-3 nach Christus statt und wurde von dem thrakisch-griechischen Gladiator Spartakus angeführt. Spartakus und einige andere Gladiatoren entkamen aus der Gefangenschaft und machten sich auf den Weg nach Süden, in der Hoffnung, Sizilien zu erreichen. Spartakus' Aufstand wurde weder von den Römern noch von den Historikern als Revolte bezeichnet. Man nannte ihn den Dritten Sklavenkrieg, denn genau das war er auch. Ein Krieg. Spartakus wurde im Kampf getötet, aber viele seiner Anhänger nicht. Vielleicht 6000 wurden auf den Hügeln über der berühmten Via Appia, die nach Rom führt, gekreuzigt. In einem unserer letzten Videos, die schreckliche Wahrheit über amerikanische Sklavenzucht farmen, haben sie gesehen, wie unmenschlich Menschen sein können. Die Sklaven im alten Rom wurden nur während des Krieges gefangen genommen. Sie wurden den Römern von den Völkern ihres Reiches verkauft. Vor allem in Afrika und im Nahen Osten, die sie dann in ihrem gesamten Gebiet weiterverkauften. Wenn man jedoch reich war, warum sollte man Geld ausgeben, um weitere zu kaufen? Warum züchtet man sie nicht einfach selbst? So unmenschlich es auch klingt, genau das geschah. Frauen wurden absichtlich geschwängert, entweder von anderen Sklaven oder ihren Besitzern. Um eine fertige Sklavenpopulation zu erhalten. Das war Alltag. Und alltäglich war auch sexuelle Sklaverei und Prostitution. Rom war berühmt für seine Bordelle, aber nicht alle Bordellarbeiter waren Sklaven. Einige Prostituierte bedienten nur die Reichen und Berühmten und verfügten über erheblichen Einfluss. Aber nicht über Sklaven. Meistens handelte es sich um attraktivere Frauen und Mädchen, aber auch um junge Männer, da es im Rom kein wirkliches Tabu für Homosexualität oder die sexuelle Ausbeutung von Sklaven gab. Einmal ein Sklave, immer ein Sklave. Das galt für die meisten Sklaven, aber nicht für alle. Viele konnten ihre Freiheit erlangen. Meistens waren dies Männer und Frauen, die direkt für ihre Besitzer im Haus arbeiteten, wo man sich gut kennenlernte. Viele waren Sklaven reicher Männer, die ihre Sklaven aus einem besonderen Grund, sonst B, weil sie ihnen das Leben gerettet hatten, mit der Freiheit belohnten. Die meisten freigelassenen Sklaven konnten jedoch keine römischen Bürger werden, es sei denn, sie dienten eine bestimmte Zeit lang in den römischen Hilfstruppen. Dieses Privileg war Männern eines bestimmten Alters vorbehalten und es dauerte Jahre, es zu erreichen. Das war History on Fleek. Bis zum nächsten Mal.